Wir haben immer beim Desktop. Ja, du bist doch dumm. Das klappt aber nicht anders. Ja, leider. Wo waren wir denn geblieben? Keine Ahnung, aber... Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ah ja, wir sind in der Höhle. M-A-T-K-A-Y M-A-O und der Cheater-Mod. Ah, ich dachte schon. Einfach gut. Scheiß Kuh. Nee, wir wollten nur für kurze Zeit in der Höhle bleiben. Dann bist du schon, ähm... Ich kann Kohle holen, oder? Kohle und Eisen fertig. Nee, das Eisen da. Kann ich nicht. Sagt, was hat jemand in den Kommentaren geschrieben? Ja, ich schreib Kommentare, welchen Textrompeg wir benutzen muss, welcher Mord oder... Wir müssen sie doch nicht zwingen. Die haben keinen Bock hier Scheiße zu machen. Wir zwingen euch nicht, wir sagen... Mach das! Nein! Nein! Zwing mich nicht! Schau mal! Hallo! Schön, dich kennenzulernen. Bist du fünf Jahre? Boah, jetzt sitze ich nicht. Ah, ha, 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 ha! Siehst du? Hä, what the fuck? Ah, ha, 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 ha! Scheiße! Du mal Gripa! Blätter! Blätter! Du mal Gripa! Nein! Oh cool! Er hat ein schönes, schönes, schönes Loch. Boah, es legt! Legt! Vielleicht wegen dem Textrompeg. Den Textrompeg hatten wir doch beim dritten und vierten Part. Nee, das ist nicht Janina. Doch! Zeig mir! Nie eine Kraft! Mit so einem Fall, den lässt ich jetzt gehen. Ne, benutzen wir mal einen anderen Textrompeg aufschauen. Nein, nicht jetzt! Wechsel! Ach komm! Weil, ähm, wenn Leute nicht wissen, wie Micros den normalen Textrompeg geht, kenne ich einen Textrompeg, der gleich sieht, der R3D-Craft. Ich drücke es einfach. Das ist R3D-Craft. Ja. Der ist wie der normaler, nur anders. Oder? Echt? Ich habe ihn noch nie gesehen. Echt? Doch, hast du. Echt habe ich? Ja. Ach so, da ist der oder ja. Okay. So, nur vergessen wir auch sie. Das Kind. Wie dachte du mal? Ja, das Kind ist so. Mann, wieso nicht? Ich muss, ich kann ihn verändern, ja, ich weiß. Weil, wo war noch mal der Weg? Hier, da? Nee, nee, nee. Nein, der andere Weg, da. Hier. Alter, wenn du schon da bist, dann kannst du schon Samen holen. Ach, wir haben Fleisch. Ja, aber Samen ist viel wichtiger, weißt du. Na? Klingt nur zwei Dinge. Scheiße. Die Samen können wir ja. Ach, das ist, das Samen geht doch nicht weg. Los, unsere scheiß Hütte. Ah, da ist der Teich. Ah ja, genau. Da ist Lava. Ha, ich will nur was tun. Ich hasse Scham. Oh yeah. Guck jetzt. Leute. Muhahaha. Aha, schau. Äh, haha. Gebackenes Scham. Muhahaha. Oh. Wieso? Boah, hier ist irgendwie voll wenig Wasser. Ja, richtig? Oh, diese... Du hast den Teich. Dachst du schon. Hä? Ist sowieso nicht. Warte. Aber ich dachte schon, hierbei kommt es doch. Boah, es legt, 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 legt es. Wo war denn nochmal unser Haus? Und hier legt, 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 legt. Wo war es nochmal unser Haus? Sehr viel. Sehr viel. Hier legt es. Hier, guck mal. Schau mal. Der spielt wie... Oh. Oh shit. Wir sind doch nicht richtig. Oh shit. Nimm ihn! Äh, dunkel. Gut, dass hier diesen Paar... Gut, dass YouTube da ist. Ja. Ja, geil! Genau. Geile Scheiße, hör. Ja, mit dem Mac ist es total schwer. Ich bleib die ganze Nacht hier oben. Mach mit Windows, Abide. Schon tausendmal. Nein, Windows! Wir haben einen geilen Mac und der verdickte Piep. Windows ist geil, beleidigen dich. Piep! Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben, ey. Merke Scheiße. Fuck you. Fuck you, Mother. Ja. Oh, ja, deine Mutter war gestern in Europa, Papa. Ja, wir haben mal mit der Suchtzucker geredet. Die haben aufgehört. Glaube ich. Ja, haben sie. Hast du gesagt? Mhm. Ich lass den Crossing-Table mal hier. Und ich spiele nur die ganze Zeit Tempel ran. Nur zu den Ufern. Scheiße, mach geht. Scheiße! Wo ist mein Haus? In der Nacht. 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 Du hast gesagt, wie ist es hier? Wo hast du es? Wo hast du es? Ach. Ich sehe es schon. Denke ich mal. Nein, siehst du nicht? Du sagst nicht so. Ja, tut eigentlich so. Ich sehe auch Schafe. Ich schade. Siehst du? Nur Egel ziehen. Ja, schade. Scha... Schafe, nicht schade. Also, die Frau hier schnell. Oh, der Zombie ist verbackt. Geile Scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ich sehe einen Zombie. Meine Kelle liegt mir gleiche. Nein! Zip bumm. Und wir spielen nie auf... Peace Ball. Ja, Peace Ball ist nur für Mädchen. Nein, ich bin aber kein Mädchen. Ich finde unser Haus echt nicht. Und wir haben nie verloren. Ja, hören wir auf mit dem Let's Play. Nee. Ist so schlecht gelaufen. Ich bin ein Fan hören. Let's Play. Alter, wir wollten schon immer Let's Play machen. Das ist ungetrauen. Was ist ein Traum? Ich denke, dass ich von Zip bumm verfolgt bin. Denke ich. Zip bumm. Ignorieren. Wo ist unser Haus? Scheiße. Ich denke, wir lieben. Was hast du gesagt, du hast ihn gesehen? Lugner. Nämlich nicht Lugner. Scheiße! Hast du mir schon gesagt? Enderman, nicht anschauen. Schau ihn an. Alter! Arschloch! Der schubst dich. Wie viele Minuten nehmen wir auf? Arschloch, darfst du mich sagen. Sieben Minuten? Geht das schnell? Ach. Lehm. Geile Scheiße. Und Haus? Kein Haus? Will jemand uns verarschen? Ja. Bitte nur zu. Gratis. Geil sauber. Gratis. Bald müssen wir uns wieder verabschieden. Willst du, dass wir uns verabschieden? Willst du? Unser erster Let's Play, wo wir... Scheiße, Spinne! Ja! Weiß noch, der Eisel-Display, das wir gesehen haben, war für Markus. Mir ist dein Lp. Soll ich ein Peaceful tun? Ich bin bald tot. Ich esse sogar... Nee, soll ich ihnen Chicken-Fleisch essen? Nee, ich esse Zombie-Fleisch. Besser als gesund. Du fühlst vergiftet. Ich denke, ich würde... Und ich würde auch gucken, ich würde auch von Hühner-Fleisch vergiftet. Hier, endlich. Aha, mhm. Ich wollte hier... Gleich stehen. Wenn wir sterben... Aber ich denke, jetzt müssen wir enden. Und in der Nacht... Ich rede fast gar nicht mehr. Und tschüss! Hey, warte, ich muss auch noch sie sagen. Was wollte ich noch mal sagen? Tschüss. Tschüss.